Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt festgestellt, es gab ein paar Lücken in den letzten Tagen, Wochen, weil ich bin tatsächlich so weit, dass ich aktuell absolute Prio und Fokus auf die Limo habe, dass das Ding dieses Jahr zumindest noch mal einen kleinen Rollout erlebt. Außerdem geht es hier in der Halle weiter. Das heißt, ich kann schon mal verkünden, ihr könnt euch demnächst auf ein Video freuen, wo es um Thema Hebebühnen und Werkzeuge und Bergbänke und so weiter geht. Und genau deswegen gibt es auch heute kein Monats-Update-Video. Das Video wird online gehen, wenn der erste ist, sondern es gibt eine erste Limo-Video. Weil in der Zwischenzeit hat sich an dem Gerät einiges getan. Ich bin höchstgradig motiviert und dankbar, weil es wird einfach nur nice. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass Frank, Kahlbäum-Doktor, für das Fachzeug den Kahlbäum gebaut hat. Der ist mittlerweile auch ready. Da kommen wir in diesem Video zu. Wir haben wirklich alles angeschlossen. Licht geht, Servo geht. Es ist wirklich einfach nur ein Traum. Alleine guckt euch mal diesen Motor-Kahlbäum an. Also ne, ich erkläre es euch anders. Lightblocks-Batterie. Hier haben wir einen Sicherungsverteiler drauf gemacht, weil die PDM hier drunter, unser Power-Management, kann nur 230 Ampere in Summe. Jetzt haben wir aber ein paar Verbraucher, wie die Servolenkung und die Spritpumpe hinten, die in Summe schon mit 150 und 70 Ampere abgesichert ist. Das heißt, die PDM wäre voll. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, wir machen eine Sicherung für die PDM, eine Sicherung für die Pumpe, eine Sicherung für die Servo. Das sind die einzigen mechanischen Sicherungen, die wir haben. Alles andere läuft über die PDM hier drunter, über das Gerät da hinten. Und braucht somit keine Sicherung mehr. Aber es ist voll digital. Digital heißt, wir können im Display alles messen, alles auswerten, uns alles angucken. Da wird es auch dieses Video noch drum gehen. So, dann hat Frank sich mal wieder selbst übertroffen in Sachen Kabelbaum, weil wir haben komplett die ganze Max ECU Pro, die ganze PDM und sogar das ADU mit allen Ein- und Ausgängen belegt. Das heißt, das ist am Ende ein Kabelbaum geworden, wo selbst Frank gesagt hat, boah, das war echt eine Aufgabe, den hier schön zu verlegen. Weil es sind halt einfach, es sind halt wirklich einfach viele Kabel. Dann haben wir noch jede Menge zusätzliche Sachen dran. Sowas wie hier haben wir einmal ein Line-Lock. Das heißt, hiermit können wir die Bremse sperren, wenn ich am Start stehe und mal ein bisschen anlaunchen, damit das Auto nicht rollt. Hier liegt noch Kupplungsdruck. Das kommt noch in die Kupplungsleitung. Hier haben wir unser Slipper Wolf. Das heißt, wenn ich die Kupplung fallen lasse, können wir hier einstellen, wie stark sie quasi rutscht. Dann haben wir angeschlossen, selbst solche Spielchen wie Bremsflüssigkeitsstand. Also es ist wirklich an diesem Fachzeug jetzt alles verkabelt und alles angeschlossen. Aber du kannst mit einem Allradantrieb, kannst du trotzdem ein Burnout machen? Nee. Das ist nur für, jeder kennt das, mit einer krassen Kupplung, einer krassen Lounge, fangen die Scheiben so an zu ratteln und das Auto rollt gerne nach vorne. In dem Moment geht aber die Zeitmessanlage schon los. Ach so. Oh, okay. Deswegen haben wir ganz viel Handbremse rein. Ich dachte, du willst irgendwie ein Burnout machen. Nee, nee, nee. Es ist wirklich nur dafür, dass ich einfach an den Start ranrolle, Bremse trete, auf Knopf drücke. In dem Moment hält er die Bremskraft und diese geht sogar über die PDM automatisch aus, wenn das Auto losrollt. Oder wenn der Kupplungsdruck abfällt. Das heißt, in dem Moment, wenn ich von der Kupplung gehe, geht das Ventil auf und das Auto fällt los. So, das ist eher der Plan dahinter. So, dann, genau, Motorkabelbaum. Wie gesagt, wirklich, es ist alles ausgenutzt, was dieses Ding kann. Das heißt, wir gehen hier rüber und dann haben wir hier einmal Einspritzdüsen, nochmal Einspritzdüsen. Das ist an der Ansockbrücke dran, dass ich es relativ einfach zerlegen kann. Hier die beiden Drosselklappen und die beiden Sensoren, weil für uns war halt wichtig, dass wir das Ganze am Ende schnell und einfach zerlegen können. So, dann war ja auch ein Riesenproblem hier mit den Düsen, dass hier einfach kein Platz war. Da hat Frank jetzt die Kabel direkt auf die Düsen gelötet und am Ende dahinter ein Stecker. Das heißt, wenn ich das Ganze zerlegen will, so wie hier gerade, kann ich einfach nur die Stecker trennen, abnehmen, abfahrt. So, und jetzt guckt euch mal bitte an, wie fett diese Kanäle sind. Als ich es neulich das erste Mal wieder gesehen habe, das ist einfach eine ganz andere Liga als letztes Jahr. Ich hatte es einfach selber schon vergessen, wie krass das ist. Das heißt, in Summe haben wir wirklich alles auf Funktionalität in Kombination mit einer geilen Optik gebaut. Und das ist uns wirklich auch wirklich gelungen. Also, man kann immer mehr bauen. Man kann anfangen mit Autosportsteckern, man kann mit sündhaft teuren Kabeln bauen. Aber für mich zählt jetzt langsam einfach nur, dieses Projekt mal auf die Straße bringen, es erstmal fertig zu bauen, weil keine Ahnung, ob wir nächstes Jahr auf Idee kommen, nochmal wieder alles anders zu bauen. Und hier ist es jetzt einfach mit dem Geflechtsschlauch. Es ist halt folgendermaßen, man kann jederzeit nochmal Kabel wieder reinschieben oder rausnehmen und so weiter. Das geht bei, wenn man hier jeden Stecker mit einer Gummitülle verlötet hat. Also verlötet heißt, es kommt ein Schrumpfschlauch rüber, welcher sich zusammenzieht und das Ganze wird verklebt. Da kommt man natürlich nicht wieder dran. So, deswegen glaube ich, haben wir hier wirklich in Kombination mit Frank, bin auch sehr dankbar um die Hilfe, hat er auch wirklich geil gemacht, einen Setup hingestellt, was wirklich so gut funktionieren wird. So, und jetzt kann ich halt einfach, wenn wir das Ganze mal spaßeshalber zusammenbauen wollen, können wir hier einfach klack unser Pucker drauflegen. So, stecken das Ganze hinten an. Und schon ist das Ganze aktiv. Das ist halt einfach, das ist da einfach andere. Andere Liga. Muss man einfach so. Muss man einfach. Ja, das ist schon wirklich. Muss man einfach so sagen. Das heißt, der Kabelbaum ist jetzt so auch wirklich fertig, würdest du sagen? Ja, der ist fertig. Da gibt es gar nichts mehr, was du irgendwie... Da ist komplett alles angeschlossen, alles dran. Ich glaube, was jetzt viele interessieren würde, was fehlt, dass das Auto fährt oder läuft? Also ich bin der Meinung, dass wir in diesem Video gleich auf jeden Fall nochmal einmal den Anlasser betätigen. Das Auto wird nicht anspringen. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass nur noch eine letzte Sache fehlt. Das ist wirklich nur das Auto einmal mit einer Hebebühne hochnehmen, weil bisher war dieses Auto noch nie auf einer Hebebühne. Und einmal von unten alles abgehen. Das heißt, alle Achsen festziehen, Querlenker festziehen, die Sprit- und Ölleitung am Unterboden nochmal gucken, dass da alles passt. Auspuff gucken, dass alles passt. Das heißt, realistisch nochmal eine Woche abends mit Tom so ein bisschen Feinarbeiten machen. Und dann ist wirklich anmachen und theoretisch losfahren. Wie wir dann losfahren, weiß ich noch nicht, ob es erstmal auf den Prüfstand geht. Das kann ich noch nicht genau sagen. So, und jetzt haben wir nämlich hier auch dieses Gerät. Dieses Gerät kommt hier einfach nur so drauf. Jetzt können wir hier hinten für Rail Nummer 2 auch einfach nur zack, anstecken, fertig. Für unsere 18 Düsen ganz dekadent. Und hier unten haben wir einfach, das wollte ich so, das heißt, wir haben an die, hier kann man das gut reinfilmen, wir haben an die Drosselkloppen direkt das Kabel angenötet. Auch mit einem schönen Boot drüber, also mit einem schönen Schrumpflauch, dass ja nichts passieren kann, weil ich finde es optisch sogar so am geilsten. Und jetzt können wir hier einfach, wenn du hier rein filmst, zack, fertig. So, zweiter Stecker, zack, fertig. Das ist natürlich echt clever gebaut, muss man sagen. Das hier, was ihr hier seht, das sind übrigens die ganzen Typ-K-Sensoren für jeden Zylinder einzeln, Abgas- Temperatur. Die grünen hier? Ja, die ganzen grünen. Weil wir messen einfach so krank viel. So, ich will euch in diesem Video auf jeden Fall noch ein Erlebnis spendieren. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Erstmal zeige ich euch, was schon alles geht und dann setzt du dich gleich mal rein. Kannst hier mal stehen bleiben? Mhm. So. Und? Jo. Bst. Ähm, Entschuldigung, ihr Abblendlicht geht nicht vorne links. Aber da geht's, ne? Da geht's. Das kriegen wir aber schnell gefixt, ziemlich sicher. Sonst fährst du hier ins Audi-Zentrum. Einmal kurz, sagst, das Licht funktioniert nicht. Ja. Ja, das war Fernlicht. Also ich hatte genau zwei Chancen vom Stecker her. Abblendlicht oder Fernlicht. Aber in dem Fall Fernlicht. So. Ja, Hammer. Blinker geht auch? Blinkt da was? Nee. Okay. Du hast den zweiten Stecker? Zweiten Stecker, aber hinten blinkt er. Hinten blinkt er. Warte, wir bleiben einmal vorne. Blinkt er auf der anderen Seite? Ja, jetzt blinkt er rechts. Ja, okay. Da habe ich auf der Seite wirklich alles, was man falsch anstecken kann, dann an den Scheinwerfer falsch eingesteckt. So. Ähm, das geht auf jeden Fall. So. Jetzt hier einmal hinten. Geht auch alles. Mit Kennzeichenbeleuchtung. Äh, hier nicht wundern, warum nur eine Kennzeichenbeleuchtung geht. Das ist tatsächlich noch gewollt, weil das Zeug ist komplett entfallen. Das ist übrigens auch Gold wert. Ich kann endlich meine Klappe auf und zumachen. Hey, wie cool. Ja, die ist elektrisch. Krass. So, und da ist tatsächlich, ähm, da ist tatsächlich alles mittlerweile entfallen. Und die Seite habe ich noch nicht, also, das ist nicht entfallen, aber der zweite Taster hier kommt auch noch ein Taster hin. Äh, der Taster ist noch, äh, äh, da brauche ich noch geilen, guten, weil ich kriege es einfach nicht hin, so alte, räudige Teile anzubauen. Deswegen ist die Seite noch nicht angeschossen. Aber sonst kann ich tatsächlich jetzt hier aufzuchen. Okay, das hätte ich nicht gedacht. So, also das ist wirklich, warte, jetzt machen wir den Blinker aus. So, jetzt fahren wir den Kollegen mal runter. So, Nicole, jetzt tue ich mal hier rein, weil ich spendiere dir jetzt hier mal ein Erlebnis. Der Stuhl ist noch nicht ganz so fest, da musst du ein bisschen gucken. Okay. Alter. So, ich ziehe sogar meine Schuhe raus hier. Das Lenkrad, äh, finde ich auf jeden Fall cool. So, warte auf. Und jetzt zeige ich euch was, was das Geile dran hier ist. Das ist, wie gesagt, alles komplett über Canbus miteinander. Das kommuniziert alles und das können wir komplett frei programmieren. Das heißt, das hier ist mein Kill-Schalter für den ganzen Stromkreislauf. Wenn ich den betätige, ist das so Knight Rider mäßig. Jetzt wird der Nächste sagen, wie blickst du hier durch? Hier gibt es noch Aufkleber für, dass man halt sieht, was es ist. Da ich aber die Aufkleber logischerweise erst aufklebe, wenn ich wirklich weiß, was es ist, machen wir es genauso. Und jetzt guckt euch mal bitte an. Das ist auch, das habe ich komplett selber frei konfiguriert. Waren wirklich fünf, sechs Stunden. Später am Rechner zeigen wir euch das Ganze nochmal. Das ist auch frei verfügbar. Also ich bin jemand, der gibt euch das nachher gerne. Ist kein Problem. Dann könnt ihr das mit dem ADU genauso machen. Aber ganz wichtig sind halt solche Spielchen wie, da der Tank aktuell leer ist, null Prozent, ist die Lampe vom Dangan. Da der Motor nicht läuft und wir weniger als 14 Volt haben, ist natürlich erst mal das Batteriesymbol an. Das kann man da wirklich komplett alles verknüpfen. Und jetzt seht ihr hier die ganzen Lampen, die aktuell nicht an sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel unten einmal Licht anmache. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Bremsventil mache. Das heißt, ich drehe jetzt die Bremse und mache das Ventil an. Warte, falscher Knopf. Klack. Kommt das Handbremsymbol. Geil, ne? Ja. So, wenn ihr mal wieder so wie, es ist ja eine besagte Standuhr hier und ich habe hier extra umgebaut auf elektrische Servolenkung, damit ich auch mit ausgebautem Motor eine Servolenkung beim Schieben habe, kann ich einfach diesen Knopf hier drücken, weil das ist Servolenkung an und aus. Dann geht hier das Symbol an. Ihr hört gleich, wie ihr selber den Knopf fährt. Krass. So, hier kann ich blinken. Jetzt wird jeder sagen, warum blinkt der da unten am links? Hier liegt schon ein Kabel. Der nächste Step ist nämlich definitiv. Wir bauen uns für dieses Auto ein geiles Linkrad, dass ich natürlich sowas wie Licht und Blinken KTM-like am Linkrad mache. Das ist natürlich der Plan dafür, ne? So, können wir das Licht wieder ausmachen. Na, war alles. Was haben wir hier alles auf dem Display? Wirklich alles. Das ist jetzt das, was ich für mich für das normale Fahren brauche. Das heißt, ich habe einmal hier, kann aktivieren, Flatshift, also dass ich vollgas schalten kann, Launch Control und ich sehe, dass die Servo an ist. Wenn der Lüfter angeht, ist der Lüfter-Symbol. Hier habe ich mal einmal für Aeroflex, also für, wenn irgendeine Warnung ist, Öldruck. Und dann halt wirklich die ganze Saison, die wir angeschlossen haben, ne? Boost, Ladedruck. Dann haben wir Abgas-Temperatur links, Abgas-Temperatur rechts, Lambda-Wert links, Lambda-Wert rechts, Wassertemperatur, Öltemperatur, Wasserdruck, Öldruck, Spannung, 13,2. Ansaugluft-Temperatur, Benzindruck und Füllstand-Tank. Also alles, was man so für das normale Fahren braucht. Alles, was ich jetzt zusätzlich noch haben will, kommt, wenn ich diesen Knopf hier drücke, weil da können wir nämlich verschiedene Displays durchschalten. Und in diesem Fall, da ist jetzt einfach nur gerade eine Sache hinterlegt, PDM ist mein Steuergerät für die Stromverbraucher. Current heißt immer Stromverbrauch, also Stromstärke in dem Moment. Das ganze Auto zieht jetzt zur Sekunde 1 Ampere. Wir fahren hier nach gleich einmal zu mir einen Rechner rüber und konfigurieren die nächsten zwei Seiten zusammen, weil ganz viele haben bei Instagram geschrieben, sie wollen das auf jeden Fall mal sehen. Und mein Ziel ist es, dass ich auf dem Display alles sehe, also jeden Verbraucher. Das heißt, ich sehe ganz genau, wie viel Strom brauchen die Einspritzdüsen, wie viel Strom brauchen die Düsen und so weiter. Und das kann ich dann hier einfach durchklicken. So, und jetzt theoretisch, letzter magischer Moment. Was denkst du, was passiert mir hier drücke? Äh, Anlöse? Wird natürlich nicht anspringen, weil kein Sprit drauf ist. Okay, aber richtig geraten. Also? Ist tatsächlich so, dass das Auto, wenn jetzt Sprit drauf wäre, würde es tatsächlich anspringen. So, eine letzte Sache zeige ich euch und dann fahren wir in die Firma rüber. Letztes Thema Kraftstoffversorgung. Auch das ist hier ready. Das da hinten ist ja unser fetter Controller, nur für die Pumpe. Geisteskrank. Okay, krass. Und guckt euch auch mal diesen Karloom an, wie cool das geworden ist, weil das ist halt wirklich, naja, es ist an diesem Auto verdammt viel dran. Und dieser Controller da hinten zieht unter Vollast 100 Ampere. Das ist wirklich viel. So, und diesen Stecker, den ihr da seht, der durch die Carbonplatte geht, das ist der Stecker für meinen Kraftstofftank später. Das heißt, das hier ist ja das Teil, was in den Alu-Tank kommt. Und auch dieser Leitungsstrang ist komplett fertig. Der wird einfach nur an Unterboden gesteckt mit einer Masse. Und wir haben alles in einem als eine Lösung. Ist so ein bisschen rennsportmäßig, da macht man das auch so. Das heißt, wir haben sowohl den Füllstandsgeber für Tankinhalt, dann haben wir ja hier nochmal einen Kill-Schalter für den Surge-Tank. Das heißt, ich kann immer überwachen, dass dieser Tank wirklich voll ist, weil das ist ja wichtig, dass der voll ist, weil hier ist die Hauptpumpe drin. Das heißt, dass die Hauptpumpe immer genug Sprit hat. Dafür ist sogar wichtiger, dass der Tank voll ist und nicht, dass der Haupttank voll ist, also dass der Catch-Tank voll ist. Und das kann ich immer hier mit überwachen, weil ganz oben ist ein Schalter und ich sehe quasi immer, dass der voll ist. So, und dann haben wir dementsprechend einmal die Lift-Pumps, also quasi die Pumpen, die den Catch-Tank voll machen. Und hier unsere Hauptpumpe. Schon krank, was da ein Kabel angeht. Also allein dieses ganze Teil hier sieht schon so geisteskrank gut durchdacht aus irgendwie. Also das gibt es ja so zu kaufen einfach von Radium, aber das kommt jetzt einfach nur auf der Hebelbühne einmal in den Tank rein. Also falsch, ich nehme den Tank ab, weil der Tank unter dem Boden so hängt. Dann wird das alles angeschlossen, dann klack, steckt man das nur noch an und fertig. Und was halt bei einem gut gemachten Kabelbaum auch immer geil ist, wie flexibel der am Ende noch so ist. Weißt du, es gibt so viele Kabelstränge, die man einfach gar nicht mehr bewegen kann. Ja, so, deswegen du fragtest, ob Thema Elektrik für mich abgeschlossen ist. Ja, für mich ist Thema Elektrik somit abgeschlossen. Es ist alles dran, wir können alles überwachen. Wirklich alles. Das zeige ich euch jetzt aber einmal am Rechner, weil wir konfiguren jetzt zusammen nochmal die beiden Tables für alle Sensoren, die ich sehen will und für alle Verbraucher. Ja, weil das ADU ist wirklich komplett frei. Also, wir schnappen uns einfach die Freeware-Version vom ADU. Das Ganze seht ihr jetzt gerade hier. Ich habe schon wieder ein bisschen rumgespielt und ihr seht hier tatsächlich eine kleine Laddruckanzeige. Und man kann an diesem Display wirklich alles konfigurieren. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber es ist wirklich gar nicht so schwer. Prinzipiell, um euch das grob zu erklären, hier links seht ihr, dieser Project Tree ist mehr oder weniger das, was man am Ende auf das ADU beschreibt. Das heißt, alles, was da links steht, kann das ADU. Das heißt, ich gebe ihm hier zum Beispiel als erstes die ganzen Kennmessages vor, die das ADU wissen muss, damit es weiß, ich lese eine Max-ECU aus. Dann gebe ich ihm vor hier, dass es ein Keypad gibt. Und als allerallerletztes seht ihr hier auf der linken Seite die verschiedenen Pages. Das heißt, das hier ist Page 3 in Anführungsstrichen. Ich kann sie jetzt auch Page 1 nennen, aber das ist die erste, die man einfach bei mir im Display sieht. Und dann gibt es halt noch eine zweite und eine dritte. So, hier habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal kurz zu der aktuellen Übersicht. Man kann hier wirklich alles machen, wie man will. Das heißt, ich kann jetzt als Beispiel hier Drehzahl anklicken und kann das komplett hinschieben, wo ich will. Ich kann aber auch einfach hier rechts dann im Page Editor die Drehzahl ändern. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, die vordefiniert sind. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel oben auf RPM Bar gehe, das ist quasi der Drehzahlmesser. Da kann ich hier rechts quasi auf den Typ gehen. So, zack. Und kann zum Beispiel da oben eine hinschieben oder kann hier eine Mitte in eine Runde schieben oder kann hier eine Vertikale reinmachen. Die allerallergrößten Basics. Dann kann ich grundsätzlich alles verschieben, was ich will. Das heißt, ich kann eine Maximaldrehzahl angeben. Ich kann jetzt hier zum Beispiel reinschreiben 15.000. So, bumm. Schon ist der Drehzahlmesser bis 15.000. Ich kann ihm sagen, dass die rote Linie ab 8.000 rot sein soll. Kann hier aber auch einfach reinklicken und kann die Farbe, wenn ich will, gelb machen. Zack. Schon sieht es komplett anders aus. Ich kann die Aufteilung, die Skalierung machen. Ich kann jetzt zum Beispiel die Skalierung enger oder weitermachen. Okay, das ist zu weit, zu weit verschoben. Also es ist nicht die Skalierung, sondern die Linearität des Drehzahlmessers. Bei einem Rennauto interessiert mich nichts unter 5.000. Das heißt, danach wird es da mehr. So, lange Rede. Dann habe ich hier in der Mitte mir zum Beispiel gerade eine Lagerdruckanzeige reingefriemelt, weil ich es einfach geil fand mit diesem kleinen Turbolader-Symbol. Das heißt, ich kann mir hier eine, das ist dann in dem Moment eine Gourge, also eine Anzeige. Diese Anzeige gibt es auch wieder in verschiedenen Typen. In dem Fall ist es halt einfach eine Runde. Die gibt es aber in allen verschiedensten Versionen. Und da kann ich dann hier links als Icon Texture einfach ein Symbol reinladen. Das heißt, ich kann hier einfach draufklicken und mir vom Desktop was runterladen. Kann es auch an und aus machen. Ich kann wirklich alles machen. Ich kann den Balken, der da durchläuft, in einer Farbe machen. Ich kann den Radius kleiner und größer schieben. Also man kann praktisch wirklich alles hier machen, was man will. Letzte Sache, die ich euch einfach nochmal zeige, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten hier links den Laddruckbereich nehme. Das ist auch eine sogenannte Anzeige. Da kann ich auch genauso alles machen. Also ich kann sowohl den Text verändern. Ich kann hier zum Beispiel statt Boost einfach mal Philip reinschreiben. Dann steht da einfach Philip. Ich kann ein Icon reinmachen. Dann steht hier wieder ein, in dem Fall jetzt Fuelcheck, weil noch das Kraftstoffsymbol ist. Da könnte ich jetzt genauso aber auch den Turbolader reinmachen für Druck. Ich kann die Abfragerate ändern. Ich kann auch hier wieder Minimum und Maximum der Anzeige machen. Zack. Hier, jetzt ist es bis 5 bar. Wenn ich es genauer haben will, kann ich die Dezimalstellen immer mehr machen. Dann kriegt man da mehr angezeigt. Und ich kann es horizontal machen. Ich kann die Anzeige aber auch vertikal machen. Dann steht sie da drin. Und so sind die Grenzen wirklich, also es geht alles. Zurück klicken. Letzte Sache, die ich euch zeigen will. In dem Bereich ist zum Beispiel hier Kraftstoffanzeige. Also was heißt Kraftstoffanzeige? Das Ganze ist einfach nur eigentlich ein Bild, aber dieses Bild kann man Visible machen. Das heißt, man kann einen Kanal hinterlegen. Wenn dieser Kanal geschaltet wird, geht das Bild an. Das ist eine Variante. So. Die andere Variante ist, man kann einen Min und Max Wert legen. Ist nicht ganz korrekt. Man kann einen Kanal machen, der dieses Symbol anschaltet. Wie kriege ich dieses Symbol angeschaltet? Relativ einfach. Ich nehme hier unten meine Kraftstoffanzeige von 0 bis 100%. Man kann jeder Anzeige einen roten Bereich hinterlegen. In diesem Fall hier unten, red line when, when value below. Das heißt, wenn der Wert unter 5 ist, in dem Fall 5%, 5 Liter, wie auch immer, wie ihr es definiert, wird es rot. Und diesen Kanal, das in dem Moment der Sprit leer ist, kann ich dann wieder als Schaltfunktion hinterlegen, das die Tankanzeige angeht, wenn ich unter den 5% bin. So. Ganz kurz und knapp. Sonst wird das hier wirklich so ein Monstrum-Video. So wollte ich euch erstmal nur zeigen, was in der Hauptansicht geht. So. Jetzt machen wir folgendes. Ich würde mir gerne, hatte ich ja gesagt, ein Display konfigurieren, was zum Beispiel genau diesen Wert hier, IAT, 0 Grad, das heißt Ansauglufttemperatur 0 Grad hat. So. Jetzt sehe ich hier mein Page Editor. Also das sind hier die ganzen einzelnen, alles was ich hier so durchklicken kann, seht ihr, sind die ganzen einzelnen Symbole, alles was ich einfüge. Wenn hier gar nichts stehen würde, ist da halt gar nichts. Das heißt, ich nehme jetzt mein IAT, ich kopiere mir das jetzt einfach mal kurz, weil ich jetzt gerade faul bin, mache die neue Seite auf, zack, und schiebe das hier in den Page Editor einfach rein. So. Und schon habe ich hier die IAT stehen. Und ich will ja auf diese ganze Seite ganz viele Messwerte machen. Das heißt, was mache ich jetzt? Als aller allererstes klicke ich in, also diese Anzeige besteht gerade aus drei Teilen. IAT, dann aus dem Wert. Wert. Der Wert kommt jetzt gerade aus Channel. Bei Channel muss man immer dementsprechend den Wert hinterlegen. Das heißt, ich klicke hier drauf und jetzt zeigt er mir alles an, was das ADU gerade abfragt. Dann fängt man an mit dem Kürzel ECU, weil ECU halt einfach Motorsteuergerät und dann IAT. Bumm. So. Das hinterlege ich jetzt hier schon mal. Dann kann ich dahinter, das C steht für Grad, logischerweise, Celsius. Das brauche ich ehrlich gesagt in meinem Fall nicht, weil ich will das Ding hier ja gleich komplett zuklatschen mit Werten. Das heißt, das klicke ich mal weg. Dann will ich das IAT auch nicht in Orange haben, weil das wird in Summe auf jeden Fall zu unübersichtlich. Das heißt, ich klicke das hier auch noch weg. So. Und wir machen jetzt einfach mal aus IAT, fangen wir jetzt mal an mit Drehzahl. RPM. So. Da schreiben wir RPM hin. Dann nehmen wir uns, jetzt habe ich den falschen Kanal hinterlegt, weil für RPM brauchen wir logischerweise RPM. Das heißt, ich gebe hier einfach nur RPM ein. Bumm. Hier. Zack. Klicke ich RPM an. Dann haben wir hier die RPM stehen. Brauche ich bei RPM Dezimalstellen, also Kommastellen? Nein. Aber, da ich hier eine schöne Tabelle hinkriegen will, muss ich jetzt die 0, gerade 0, weil kein Motor angeschlossen ist, weil nichts läuft, weiter rüberschieben. Das heißt, ich kann jetzt hier die Werte X und Y Richtung einfach verschieben. Wenn ich mir überlege, da kommen noch Sachen davor wie Kraftstoffpumpe, Duty Cycle oder Abgasgegendruck. Machen wir einfach mal so. Jetzt, interessanteste Bereich ist, aktuell Value Source. Das heißt, welchen Wert soll er anzeigen? Current Value. Das heißt, er zeigt den Wert, an dem er abgefragt wird. Jetzt kann ich hier aber auch folgendes machen. Ich kann auch sagen Min oder Max Value. Und das ist für mich ja interessant, weil ich wollte ja jetzt hier eine Tabelle erzeugen, die mir nach dem Lauf ganz genau anzeigt, was ich eben gerade gemacht habe. So. Das heißt, wir kopieren uns jetzt einfach mal diesen Wert hier. Rechtsklick. Duplicate. Zack. Jetzt habe ich hier einen zweiten Wert. Diesen Wert schiebe ich mir jetzt als allererstes dahin, wo ich ihn gerne hätte. Und zwar dahinter. Jetzt schiebe ich mir das Ganze hier noch ein bisschen hoch. So. Jetzt kontrolliere ich einmal zur Sicherheit, dass die die gleiche Höhe haben, weil ich bin ja so jemand, wo alles immer genau gleich sein muss. 40. Und dem zweiten Wert hinterlege ich jetzt, dass ich dort nur den Maximalwert anzeigen will. So. Und schon sind wir eigentlich soweit durch. Das heißt, wir haben vorne die Drehzahl, dahinter haben wir die Ist-Drehzahl und dahinter haben wir die Max-Drehzahl. Das heißt, wenn ich in dem Lauf mal 10.000 Drehungen habe, dann ist es definitiv so. Das Ganze kann ich jetzt zu dritt in eine Gruppe umformen, die IAT-Gruppe. Heißt jetzt IAT, weil ich vorher IAT drin hatte. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher bleibt, kann ich sie mir jetzt natürlich umnennen zu RPM. So. Und schon kann ich nämlich die ganze Gruppe hin und her schieben, wo ich sie gerne hätte. Zack. Ich mache das Ganze jetzt einmal für so ein paar Messwerte, die ich gerne hätte. Tabelle. Und da sehen wir uns gleich wieder. Gesagt, getan. Ihr seht, die Tabelle wird ein bisschen unübersichtlicher, aber umso geiler. Guckt euch das mal bitte an, was ich hier alles habe. Drehzahl, Ladedruck ist und soll. Warum Ladedruck ist und soll? Ich habe einmal den Ladedruck, den ich zur Sekunde fahre. Darunter ist dann der Wert während des Laufs und der Maximalwert. Und darunter, Ladedruck soll, ist das, was das Steuergerät als Target in dem Moment haben will zur Sekunde und was es maximal als Target haben wollte. Das heißt, ich kann ganz genau abgleichen, ob das passt oder nicht. Das sind so typische Werte. Die gibt natürlich das Steuergerät nicht mal eben so als Wert raus, bin ich mir ziemlich sicher. Also gehe ich zum Beispiel auf den Channel für Target-Ladedruck. Heißt im Englischen immer Target. Gebe hier Target ein. Unten findet er nichts. Das heißt, diesen Wert habe ich jetzt zur Sekunde im Kenbus noch nicht drauf. Müsste jetzt in der Max ECU ein Kenbus-Out-Signal-Message erzeugen mit diesem Wert, dass das auf dem Kenbus liegt. Geht aber, weil ich kann jeden Wert auf dem Kenbus legen. So. Nur um euch das zu zeigen. Dann habe ich, bedingt durch meine ganzen Sensoren, Druck vor Ladeluftkühler, Druck nach Ladeluftkühler, Druck vor Ladeluftkühler, Druck nach Ladeluftkühler, Bank und 1 und 2. Temperatur vor Ladeluftkühler, Temperatur nach Ladeluftkühler, Bank 1 und 2. Turbolader Drehzahl, Turbolader Drehzahl, Bank 1 und 2. Taktung N75. Das heißt, wenn hier zum Beispiel am Ende steht, Taktung N75, war maximal 30 Prozent, dann weiß ich, irgendwas hat da nicht gepasst, weil ich will eigentlich 75 fahren. Gegendruck, Lambda-Wert, Abgastemperatur, Anfettung. Zum Beispiel gibt es ein Problem mit der Ansauglufttemperatur und deswegen hatte ich schon eine Anfettung drin. Dieser Maximalwert ist für mich halt einfach Goldwert. Und dann geht das immer so weiter. Wir haben zum Beispiel auf dem Kenbus liegen, bedingt durch den Kraftstoffpumpen-Controller hinten, den Duty-Cycle der Kraftstoffpumpe. Das heißt, wie viel Prozent die Kraftstoffpumpe schon gemacht hat. Das heißt, wenn ich hinten im Ziel ankomme und sehe, die Kraftstoffpumpe hat schon 95 Prozent gemacht, dann weiß ich, das wird langsam kraftstoffmäßig riskant. Genauso geil ist Zündwinkel. Sagt relativ wenig aus, weil ich kann nicht nach dem Maximalzündwinkel gehen, weil ich im Teillast mehr Zündwinkel fahre als unter Vollast. Das heißt, ich weiß nicht, wo der Winkel herkommt, aber ich kann mir eine Zündwinkelrücknahme anzeigen lassen. Das heißt, hat der Motor gekloppt? Hat er die Zündung weggenommen? Und dann kann ich mir darunter sogar hier noch anzeigen lassen, das Klopflevel, also wie viel er auf den einzelnen Zünder geklopft hat. Habe jetzt hier erstmal abgebrochen. Hier unten kommen mit Sicherheit noch 10, 20, 30, 40 weitere Werte dazu, bis ich am Ende wirklich dieses ganze Ding ausgenutzt habe und alles voll ist. Aber eine Sache will ich euch noch zeigen. Das heißt, ich kann jetzt diese ganze Gruppe hier nehmen und kann Z, B, zack, einen Kasten rummachen, weil ich will das Ganze ja optisch noch ein bisschen schön machen. Diesen Kasten da drum kann ich mir aber auch farblich gestalten. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel schön gelb machen will, bumm, ist da ein gelber drum. Dann kann ich diesen Kasten von innen zum Beispiel ausfüllen, in irgendeiner Farbe. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal zum Beispiel einen Hellgrauton. So. Und jetzt als letztes kann ich mir auch wieder die ganzen Schriftfarben aussuchen. Finde ich jetzt natürlich, wie es ja gerade ist, optisch nicht so geil. Da geht natürlich mehr. Ich habe da mal was vorbereitet. Das heißt, ich klicke jetzt einen einzelnen Wert an. Hier. Und dann kann ich hier nämlich verschiedene Werte einfach machen. Zack. So. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel den hier, den hier kann ich zum Beispiel so machen. Und den nächsten. Hallo. So. Den nächsten mache ich dann zum Beispiel so. Und den nächsten mache ich dann wieder so. So. Ist jetzt gerade schwer zu sehen, weil jetzt muss ich das Ganze optisch natürlich noch alles schön hin und her schieben. Das heißt, ihr seht jetzt gerade schon, ich habe die Werte leider zu eng beieinander geschrieben. Das heißt, ich müsste jetzt zum Beispiel anfangen und müsste bei Ladedruck ist auf einmal die Schrift kleiner machen. Geht nicht. Ist schon Minimum Schrift. Das heißt, ich müsste in dem Fall mehr Abstand dazwischen machen. So. Im nächsten Video werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie ich in ungefähr weiteren 20 Stunden mir zwei perfekte Pages fertig gemacht habe. Einmal für alle Werte, die ich brauche, Min und Max. Und einmal, das ist die nächste Seite, für alle Verbraucher, die ich habe. Das heißt, da steht dann wirklich, so und so viel Ampere verbraucht gerade die Spritpuppe. So und so viel Ampere verbrauchen gerade die Zündspulen. So und so viel Ampere dies und jenes und so weiter. Und am Ende kann ich wirklich auf den Knopf drücken und habe ohne Laptop all meine Werte. So. So viel dazu. Geiles System. Je mehr Daten drauf liegen, je mehr Daten kann ich verarbeiten, je cooler kann ich es machen. Weil ich kann hier wirklich alles machen. Wenn ich jetzt hier im Hintergrund eine Carbon Optik haben will, kann ich natürlich auch einfach in den Hintergrund etwas reinlegen, wo alles drüber steht. Also es ist wirklich so aufgebaut, dass man wirklich alles variieren kann. Das einzige, was man glaube ich nicht variieren kann, ist die Schriftart, wenn ich mich nicht täusche. Weil das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe bisher immer nur diese Schrift gesehen. Ich kann natürlich ein Bild reinlegen, dann habe ich eine andere Schrift. Aber wenn ich die Schriften einzeln variieren will, ist es nur so. Wenn jetzt gerade das Auto angeschlossen wäre, würde ich hier rechts, wo jetzt überall ganz viele Fragezeichen sind, auch noch passend dazu die ganzen Daten sehen. Und ich sehe halt gleich, ob jetzt gerade auf dem Kenbus da was liegt oder nicht. Ja, liebe Leute, so viel dazu. Ihr seht, es geht mal wieder voran. Es wird ernst. Also ernst ist es immer, aber es geht in die richtige Richtung. Zwischenzeitlich stehen vielleicht auch schon ein paar Hebelbühnen in der Halle. Das heißt, wir können das Auto hochnehmen, wir können von unten weitermachen. Nein, ich kann euch das erste Mal die RS4 Limo von unten zeigen. Ist für mich auch irgendwie so ein bisschen magischer Moment, weil ich habe jetzt die letzten drei Jahre auf den Boden geschraubt. Ja, freut euch auf ein paar coole Videos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.